willkommen zurück meine lieben freunde zu splatoon 2 octo expansion klingeling klingeling wir begeben uns heute auf zur linie c denn werden wir lassen mal die komplette linie b aufgenommen das heißt linie c steht uns offen zu machen hätten auch vor machen können wir scheiß drauf aber wir machen heute linie c und fangen an mit dem 10 0 2 denn zu 10 0 1 haben doch kein zugang kein angebot trotz nachfrage knapp tint das knapp tins hofen erreiche das ziel mit begrenzten vorrat oh nein wieso wusste ich dass sowas kommt in das betun 2 octo expansion ist begrenzter vorrat an dingen das ist das schlimmste als los hinter ausgeht dann war es das sollte also kein checkpoints geben richtig oh man ja hier kann man nicht hochlaufen so rutschig wir haben nicht allzu viel tinte wir können anscheinend tinte aufladen so wie es aussieht mein hinten vorrat spartierte wo du nur kannst ja ich hätte definitiv sparen sollen beeindruckend aber wo soll ich jetzt hin ohne tinte das ist echt ja wenig die das man haben kann was ist denn hier los sie ist fast auf dem trockenen sie ist direkt voraus okay es ist ganz da oben das geplinge geht mir so offen naja gerade wow please don't so was nicht also ausgezeichnet knappt ins hofen knapp 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 wow das ist sehr wenig denn das noch hat also zur verfügung na gut es gibt neue einträge im chat log schau rein wenn du zeit hast tue ich gerne weil du es bist so mein akku ist das leer ich hole schnell mein ladegerät hau rein naja sie sind schon verlassen jetzt nur opi und ich hier tote hose ich bin auch wieder müde langweilig mir sogar so langweilig dass ich ein paar nachforschungen über dich anstelle opi wie peinlich nee oder was ist das gegen wen kämpft denn der da die aquamarine angeführt von lieutenant lieutenant leutnant leutnant kuddelfisch brachte den feindlichen kräften während der belagerung von burg arowana herbe verluste bei oh ups das ist doof ach ja lang lang ist her opi du bist voll hardcore tja soviel zu hardcore ziemlich hart verkackt hat er sagt mal gut kommen wir nun zu level d 06 10 0 1 welche schiene fährst du schienen schienenried zerstöre alle ziehen innerhalb des zeitlimits oh himmel nein splatoon 2 octo expansion oh himmel nein oh himmel nein warum tust du mir das oh mein gott das level kennen wir das haben sie schon mal gezeigt und hier mit dem shopper weil es am meisten geld gibt 500 müssen wir zahlen 1500 kriegen wir raus ok zerstöre alles ziele innerhalb des zeitlimits und vor allem diese musik schon wieder fertig los ok ich fahre in die andere richtung als die auf denen ich auf die ich sonst treffen würde ok das ist natürlich da nervig so ein bisschen die hälfte haben wir gut sehr schön sehr schön noch ein paar ach du heilige makaroni ja gut das schaffe ich jetzt halt jetzt nicht ich habe nur eine minute zeit so 1 2 3 4 5 nee es lohnt sich vielleicht hier unten erstmal zu bleiben na gut einer fehlt mir noch unten gut dann hat die hier kommt ja einer entgegen der ist weg der ist weg der ist weg rüber gut einer weg nein oh was für fiese sache 10 sekunden nur noch ich komme so schnell nicht wieder hoch glaube ich ne warum springt sie so blöd darüber nein sowas wie es aber auch sowas gemeines sowas gemeines wenn ich auf der stelle springe jetzt sind schneller aber ich kann die meisten wahrscheinlich von oben einfach umhauen so wie es aussieht ok wow das ding ist immer hartnervig ok wie brauchst du denn bitte 2 fehl mir wo da vorne da hat mir eins gefehlt oh wow mies 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 ok neuer versuch der vierte mittlerweile krass eigentlich wenn man drüber nachdenkt ich warte auf den hier dankeschön wow hallo wie das würde ab auch die die das das ich so Ich muss auf der anderen Seite einmal. Die Dinger kaputt haben, genau. Einen noch. Ist die da vorne, hä? Ja gut, da muss ich von oben ran. Nein! Okay, das war knapp. Oh wow, das war aber absolut in der letzten Sekunde. Da muss ich mir nur anschauen. Da muss ich mir nur mal anschauen, was da stand. Was für eine Millisekunde war, warum er. Wow. Heilige Macaroni. Ha 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 ha. Huiuiui. Na gut, kommen wir jetzt zu C04, also C4. Bewegung ist gesund. Sportcenter. Weich bis zum Ablauf der Zeit den Angriffen aus. Keine Waffe. Geil. Und nur ein Leben. Geil. In der Octo Expansion. Na gut. Angriffen ausweichen. Was kann man da schon machen? Gar nichts rumstehen. Weich bis zum Ablauf der Zeit den Angriffen aus. Sind wir das von Raketen? Oh, witzig. Oh, fischteier. Dankeschön. Voll nett von denen. Ha. Ja, nee, ist klar. Ein Sniper auch noch? Come on. Ey, das ist doch fies. Ausweichen ist echt gemein. Ah, die Musik ist super. Da 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 da. Meine. Mist. Wow. Das Level kann man theoretisch wieder springen, wenn man wollten. Nein, machen wir nicht, denn springen ist doof. Vor allem bei sowas hier von wegen, halt 30 Sekunden aus ohne Schaden zu nehmen. Das ist meine ganze Zeit, macht denn sowas? Niemand. Niemand, der bei Trost ist, würde sowas freiwillig tun? Ah, man kann nicht nur drüber springen. Da wollte ich drüber springen, das funktioniert nicht. So ein Mist aber auch. Diese Fischeihe sind wahrscheinlich einfach nur totaler Bait, dass man da hinläuft. Eigentlich soll man hinten stehen bleiben. Was logisch ist, wenn man im Ernst. Es ist logisch, hinten zu bleiben. Dann schießen die immer genau auf den einen Punkt, wo man halt hin soll. Aber ich will die Fischeihe haben. Meine. Ah. Kam schluss gleich wieder vor mir. So eine Sauerei. Aber es ist günstig. Im Vergleich. Pui. Und wir haben eine Menge Crits noch. Von daher geht es in Ordnung. Meine. Das kippt's doch nicht. Sollen wir springen diese Kugeln irgendwo zur Seite oder was? Ist ja schlimm. Da, 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 da. Vielleicht finde ich die Musik einfach einfach zu gut. Kann wirklich sein, dass ich die Musik zu gut finde. Passiert nicht allzu selten, dass ich Musik einfach zu gut finde, und ich level deswegen häufiger spielen will. Wie habe ich die in den vollen bekommen? Kann man sich nicht irgendwo hier durchschießen oder so? Jetzt war es mal ernst. Verdammt. Verdammt. Nicht so weit nach vorne kommen. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Aber ich habe beide Fische anbekommen. Oh, das war so ein trick. Vielen Dank.